Achso, ich muss noch eine Anmeldung dazu machen. Okay, wir sind jetzt momentan... Minecraft's the King, ihr hört im Hintergrund Yogo Gamer. Und in der Beschreibung stehen die Highlights, das heißt, ihr müsst euch nicht die ganze Stunde anschauen, sondern nur bestimmte Highlights. Alter, was ist denn heute los? Vielen Dank. Und im Hintergrund hört der Yogo Gamer, der kriegt die IP gleich raus. Ich schneide das auch raus, unwahrscheinlich aber. Okay, Tim lag schon mal. Der Server ist momentan... Und wir teamen nicht, ich, Tim und Shuang. Und der erste Tag ist für eine Farming-Klasse, um die lags zu übernehmen. Dann hast du schon mal gewusst. Das hat also der erste Folge nicht viel passieren. Ihr werdet nur unser Equip wahrscheinlich sehen, was wir uns meinen. Vielen, vielen Dank für das Abo, Sub oder wie auch immer man das möchte. Ey, alle wollen IP, der hat dann bei IP veröffentlicht und der soll... Wo wurde die IP gepostet? Die IP wird jetzt gleich gepostet. Und dann könnt ihr alle drauf. Muss aufpassen, ich glaube, es ist Copyright Music für mich gerade auch. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, weil es hört ja nicht auf. Okay, wir fangen an. Hey, Dinger, wenn ihr es wartet, ist die gar nicht verloren. Jeder darf nur eine Zahl posten, jeder darf nur eine Zahl posten und wir zählen von 10 runter auf 0. Wie heißt er auf YouTube? Jogo YouTube. Nur auf Twitch? Was zur Hölle. Twitch? Jogo. 9, 8. Ja, wir sind gut. 10, 9, 8, 7, 8, 4, 7, 0, 6, 2, 1, 0, 1, 0, 6, 5. Das ist 21, so ist da drin, toll. Hat er die gerade gesagt? Nein. Nein, du kannst das eh nachjoin mit einer von uns Joins. Naja, ich traue mich jetzt gar nicht. Stimmt, du kannst das eh nachjoin. Ach, stimmt. Ja, ich kann es nicht so schwer machen. 9, 8, 7, 4, 1, 0, 9, 0, 9, 0, 7, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 10, 0, 10, 0, 9, 0, 10, 0, 9, 0, 11, 0, 9, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 11, 0. Ah war ne Lightmap. Leute, das wird nix mehr. Das wird nix mehr. Leute, wir müssen aufhören. Leute, das wird nix mehr. Lightmap, Lightmap. Wir müssen aufhören die Zahlen zu kosten. Vor allem bewusster. Warum sagen die alle eine Zahl? Ich hab gesagt, wir sollen runter. IPs draußen. Okay, gut, ich muss per Außen-Nacht rein. Ah fuck, my serverless, add serverless. Dann... Scheiße, das lernt ja Jahre. Connect to the server. Was ist die IP? Was ist die IP? Komm ich rauf? Okay, und ihr wollt jetzt alle wahrscheinlich drauf, oder? Wurde er dir hingeschickt. Das verarschen. Wow. Oder? Er hat noch nicht gestartet. Er schlägt in den Stream, ne? Ja, ich würd' meinen Yoga auch wieder wohnen. Ja, ich... Wie machen wir das denn eigentlich? Äh, jeder farm für sich, oder? Natürlich. Allgemein, wir sind, wenn wir zu dritt farmen würden. Ja, das ist... Ja, ich weiß. Man sieht uns, ja. Ey, ähm, ich höre den Stream doppelt... Äh, äh... Ich mach ihn leiser. Danke. Wie ist dir? Ah... Was passiert, wenn man beim Farmen stirbt? Bist du raus? Bist du raus? Dann bist du raus. Saus. Saus. Maus. Du musst auf Lava aufpassen, ne? Einfach mal regeneriert, oder? Ist ja kein Hardcore. Kann sein. Kann sein. Aber so war ihr Hardcore, deswegen frage ich, ja. Ach, ist es Hardcore? Weiß ich nicht. Das ist nicht Frank sich, ja. Und zwar jetzt nicht Hardcore, das heißt natürlich... Er ist online. Das heißt natürlich... Regeneration. Regeneration. So. Logging in mir drin. Selber schließt drin. Hier ist doch. Wie kommt man? Rennen, rennen einfach, rennen einfach schnell. Aktualisier einfach nochmal, aktualisier nochmal. Es leckt nicht. Schuhren, es leckt nicht! Okay. Äh... Wir rennen in die selbe Richtung. Und die selbe Richtung latschen? Wir können ja nicht Team sagen, keiner von uns schript. Ja, so ein bisschen. Oder gar nicht. Naja, alles gut. Ich, ich, ich gehe Richtung... Pfff. Also ich hoffe niemand snipet mich so. Weil ich habe Labymod-Cords links oben an. Scheiße. Die Anmeldung-Server sind zur Wartung. Oh. Und das ist ein Dorf, oh mein Gott. Das heißt, du musst neu starten. Oder? Ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Okay, Tim ist drauf. Ähm... Ich leck dich, oh mein Gott. Nein, die haben heute vorgerendern lassen. Oh mein Gott, da ist schon... Sind schon Kühe. Leute. Seid ihr schon irgendwo hinlaufen? Ja, wie? Lauf nicht zusammen, Tim. Ah, okay. Da ist jemand 2.000 IQ und nimm es nicht mit. Wenn ich eine 2.000 IQ nimm, kann ich... Ja, wenn du keine Waffe hast? Achso, das meinst du? Ja, egal. Du kannst dann nicht 5 mal aufnehmen. Doch, 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 doch. Er ist ein Dorf. Denk doch mal nach. Also ich habe ganz nachgedacht, aber... 1, 2, 3... Ich muss... Ich wasch trotzdem. Weil eigentlich alles am spawnen am besten. Ja, ich renne auch weg, ich renne auch weg. Nee, warte, ich nehm noch Zuckerotten. Zuckerotten auch ganz wichtig. Klar, sogar ist das Wichtigste im Game. Oh mein Gott, Zuckerotten. Oh mein Gott, UHC, 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 nein, ich kann nicht sprinten. Oh mein Gott, bitte jetzt niemand spiel. Ah, Sex! Ich töte nur die Kür, weil der Rest mich bringt. Ich geh jetzt am Wasseranlagen am Ufer des Ganges. Später noch mal gucken, wer ein Bücher macht. Hey Tim! Neu! 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 Neu, 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 neu. Ich bin mein Akkatsmbion, Tim. Ja, ich auch. Äh, bist du links oder rechts etwa? Sehr gerne links von dir. Okay, das Zuckerotten. Geh dann nach rechts. Am besten von mir aus. Äh, ich hab grad keinen Stein für dich leider. Alles gut. Äh, da sind rechts ist schon mal Zuckerrohr. Ich würd' sagen, wir gehen absolut auf, ähm, heute, äh, auf Zuckerrohr, also ja, und ein bisschen essen. Danach geben wir etwa nach 30 Minuten Cain, würd' ich das sagen. Ich mach Jogo grad aus, der verwirrt mich, ne. Na, perfekt. Ähm, ich bau'n bisschen Stein für dich ab. Digga, seit wann hab' ich Mariana, Mariana, äh, Kühe in meinem Ketchuppack? Schon immer, ne? Schon immer Schuhen. Ja, ja doch, immer schon, das stimmt. Ich hab' die auch noch mal. Ach, das ist Mariana. Ich dachte, was haben die für'n Stirn, Mann? Warum sind die Geräusche? Tim, hast du Klein-Tools? Dann mach' ich schnell welche. Äh, nee, noch nicht. Oh, ich hab' ne Hogecrafted. Ja, mit's ne Ho. Neun Zucker aber reichen erstmal, oder? Ich würd' mehr sogar sammeln. Ich regale. Lull. Wir sind 1-8, wir können auch Bücherregale spüren. 1-7 würd' ich nicht so machen. Äh, welchen... Ich... Siehst du ne Wüste, Tim? Ne Wüste? Ja. Da ist noch jemand anderes. Da sind zwei andere. Aber... Ja, da hinten ist die Höse. Keine Wüste. Keine Wüste. Äh... Ich lass' gleich Spotify kurz anmachen. Lol, da hast' ne Kiste auf'n Boden. Ich hab'n Buch, schon 2-1. Good job. Ah, Schott 1 ist schon so gut. Aber ist okay. Ähm... Was ist deine Chords? Äh... Äh... 283, 502. Was? Aber wir können... Ich bin 513 schon. Das ist kein großer Unterschied. Oder bei X. X. Ich war 13. Komm mal in die Richtung 500 bei X. Können wir uns gleich treffen und dann... Ich ess, ich ess. Ich ess' ein bisschen was, ne? Ja, natürlich. Äh... Immer essen, wenn du nicht spüren kannst. Dann ess' vielleicht 2 oder so. Oh fuck, ich bin vergiftet. Das ist doch kein Rottenfall, ne? Hey, was für vergiftet? Du meinst Hunger, oder nicht? Ja, Hunger, genau. Achso. Bei mir ist ein Kakashi. Äh... 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 Ich hab' jetzt schon 28 Leder und... Gut Fleisch. Äh... 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 Ich bin grad bei 500 und 480, denn... Bei X? X... X 500, ja. Und Y... Z... Äh... Z... Und du? Okay. Nee. Tim? Okay. Ich freu' nicht mehr neuen Teampartner. Ich war's. Und du hast mich da, oder? Ja. Am Spawn... Am Spawn? Ja. Ja. Da käme ich schon welche. Noi. Du bist nicht im Sandbiom, oder? Ne, ich bin Akazien. Du bist 300, 600. Ja, ich bin jetzt 400. Ja, ich bin jetzt 400, 600. Okay. Äh... Ich komm zu dir. Da ist jemand mit... GHG. Irgendwas mit GHG. Krass. Klar, wir sind alter... GHG. Ich bin jetzt in der Wüste. Bro. Ich bin jetzt bei... Ich bin jetzt im AKC-Ding. Ich bin 400... 400, 600 bin ich. Okay, dann muss ich ein bisschen zurück. Und ich hab' da noch mal zu Hause gesehen, davon gehe ich ja gerade hin. Ach man, schade, dass es kein PvP an ist. Ich hab' den einen so umgeklatscht, ne? Oh, halt egal. Wenn ich mich hier an hätte, ist mir so Chaos gewesen am Spawn. Dann wären wir erst mal 20.000 Kilometer gelaufen. Tim, wo bist du jetzt? Mal jetzt Spotify sagen, du wäre zu lange raus. Äh, 400... 580. Bin's wieder nervöser. 485? Ja. 400, 500, 600 jetzt. Gala, ich seh' dich. Äh, was war das? Jetzt dürfen wir uns nicht mehr trennen. Ich hoffe, die Musik passt so jetzt gerade. Oder? Warte, guck mal kurz nach. Ein bisschen zu laut. Perfekt. Okay. Äh, ja. Ich hab' schon Eisen, by the way. Nice. 21. Am zweiten Tag wird PvP an sein, oder? Ja. Also morgen müssen wir vorbereiten. Wir nehmen alle Kühl mit, wir brauchen ziemlich viel Leder. Wir sagen, wir nehmen nur Kühl mit. Hm. Ich bin nämlich auch mal mit wegen, äh, Strings. Ich würd nicht sagen, sie auf Bögen. Ich hoffe, wir gehen jetzt, weil ich guck jetzt nach, ob wir regenerieren. Boah, ich sag' grad' echt. Herzabfall. Ähm. Wär echt kuck jetzt gewesen. Achso. Äh. Für mich hab' ein Steinturs noch für dich. Hm. Das ist nämlich gleich Nacht. Äh. Äh. Ich hab' ne Axt, ne Hone, ne Pickles. Ich hab' ja kein Schwert gemacht, weil, ich hab' kein Stein mehr. Äh. Ich brauch' ein bisschen Holz noch. Ich würd' sagen, wir farben mindestens einen halben Stack. Mhm. Weil, ein bisschen viel war jetzt mal nicht runter. Monster können euch killen. Ja. Oh, das ist krisch. Ne, ich katt' alles aus. Ist nicht safe. Und den Namen. Basel, lass' hang'n. Oh, ich hab' gesagt, sieben Uhr ist fertig. Ich würd' sagen, wir gehen ein Risiko ein, äh, und lauf' noch ne Weile. Ja. Ich hab' keinen Bock am Spawn Caven zu gehen. Ah. Loi. Da ist jemand gestorben. Äh. 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 Müsst aufpassen, es gibt irgendwelche, bestimmt irgendwelche Typen, die versuchen nicht mit Lava anzuzentren. Ja. Lass uns geläht. Pass auf, Mops sind stark. Ja. Ja, ich hab's. Mh. Lass durch die Wüste. Es gibt mehr Runden, warum ich da durchgeben würde. Erstens, da gibt's Wasser. Manchmal. Würde ich's? Wie weit? Ne, ne? Ne. Er ist tot. Krass. Äh. Ich hab... Ja, Essen sollten wir genug haben. Ich hab' 50 alleine schon. Fast den Stack. Krass. Da haben wir 22. Dann hab' ich noch 38 Holz. Ja, okay. Ah, ne. Äh, versuchen wir mal Mops aus dem Weg zu gehen, weil, umso mehr wir kämpfen, umso mehr... Es verbrauchen wir. Ich... Ich... Ich hoff grad auf nem Tempel oder auf ne... Ähm... Villager drauf. Deswegen gehen wir nicht die Wüste. Ich mach' meinen Chancen zu hören. Ach du Scheiß. Temp. Was ist das? Ozean. Oh. Ja. Hier links. Wir müssen, glaub' ich, auf die nächste beste Cave gehen. Glaub' ich. Und, äh... Wir... Machen... Ah, das Zucker war richtig viel. Das nehmen wir alles mit. Das ist richtig viel Zucker. Hm. Ja, das ist. Ich sollte dann für's erste Reifen. Ich würd sagen, wir pflanzen die Hälfte an, falls uns jemand findet, äh, dass wir noch eine Hälfte haben. Oh mein Gott, 2000 EQ. Was meinst du? Die Hälfte. Hä? Ich nehm' bisschen Sand nid. Ich glaub's... Wollen wir hier cave'n schon gehen? Ich glaub' ich kann hier schon cave'n. Hier runter. Äh... Kohle ist hier. Aber es war's auch. Ein bisschen cooles sollten wir mitnehmen. Wegen, äh... Schmerzen. Neh' ich auch mit. Den muss auch noch mit einnehmen. Ist hier noch irgendwo zu bauer? Okay, siehst du anscheinend nicht. Ich hab' auch vorher von Leuten gehört. Es gibt einen Wüspentempel und darunter ist da noch Minchab. Nein. Ich glaub' ich grad' erstmal spekuliert ein bisschen. Äh, ja, wenn mal ein bisschen, oder? Ja, der Kübel kommt nicht. Oh fuck. Das ist gelettet. Äh, lass' es hochkommen. Perfect. Du hast eisen hier mit? Ja. 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 Du hast ja noch Pott 1 Buch, oder? Ja. Ne, ja. Ich hab' neun Kohle. Ich geh' mal auf 16. Können wir zwei Stacks braten. Also ein Stack Fleisch, ein Stack Eisen. Ich hab' noch 15 Kohle. Ja, okay, dann reicht's das für eine ganze Weile. Dann hast du auch Kohle intelligent verwenden. Dass wir immer acht, äh, mit einer Kohle würd ich immer acht schnell jetzt und nicht nur eins. Wäre ja sonst ne ziemlich krasse Verschwendung. Es geht noch tiefer, hier unten ist noch mehr, also. Okay, ja. Perfekt. Dann, dann bleiben wir hier. Master Gylo benutzt X-Ray. Hoho. Hier steht echt im Chat. Achso. Hier steht im Chat. Master Gylo benutzt, benutzt X-Ray. Sorry. Okay, Fragezeichen. Dann weiß du. Das ist Spectator. Jemand hat einen Diamonds. Hm. Ja. Da fahrt er nix anderes. Das ist wahrscheinlich nur Zuckerrohr. Oder wenig Zuckerrohr. Natürlich auch gar nicht. Da funge ich am meisten aus. Zuckerrohr ist das wichtigste. Enchantments. Ja. Die besten Enchantments machen auch schlechtes Rüstung. Schab 5 gegen Fuldia Enchantment. Bringt auch nix. Wo ich glaube Fuldia Enchantment macht Schab 5 fertig, aber egal. Ich gehe weiter gerade aus. Die Slava. Ich würde sagen, wir machen hier unseren ersten Checkpoint sag ich mal. Ja. Zum Essen. Ich mache eine Workbench. Ich kann zwei Öfen machen. Ich würde es ja versetzen können. Eins mache ich Essen rein und 8 Kohle und das andere mache ich das ganze Eisen rein. Und ich würde sagen, ich baue noch ein bisschen Stein ab für eine. Für noch einen Ofen und Cleanstone. Ich würde sagen, ich würde mal ein Cleanstone. Also ich hoffe und snipe niemand ne. Weil. Das wäre belastend. Weil da hätte ich zum ersten Mal Viva und die wollen mich eigentlich nur snipen. Ich glaube nicht, dass jemand von Jogos kommt. Hast du Kohle? Pack mal den anderen Ofen, zwei Kohle rein. Warte. Das Min Schaft. Das Min Schaft Tim. Null. Ich habe Holz dort gesehen. Null. Ja, ich sehe eine Kiste. Ja, ich hole die gleich. Ich mache einen Spitzhack erstmal. Ich mache mir jetzt erst meine Spitzhack. Und ich gehe da schon mal hin. Ein bisschen. Oh mein Gott. Nice. Strings sind das geile daran. Weil wir können jetzt auf Bogen gehen. Die Wallapes drin. Ich gehe jetzt nicht zu weit. Ich gehe immer nur den Gang durch. Um mal zu kurz da was ist. Also der Min Gang ist groß. Die werden komplett looten. Wir müssen... Auch mal ein bisschen Stein ab, dann machen wir jetzt mehrere Öfen. Okay. Weil umso schneller wie Schmelz, umso schneller können wir die Minen Gang. Es kann nämlich sein, dass jemand das auch findet. Okay, warte. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Äh, hast du eine Spitzhack schon? Ja. Mit Stein. Achso Eisen. Ja. Lass schnell los und alles, was uns zu looten ist. Keine Zeit. Hier ist jemand nämlich in der Nähe. Der Birkenfalke ist hier. Nimm Eisen auch mit, aber nicht mehr so viel. Also nehmen wir mal so ein bisschen mit. Ja. Der Gang vorbei. Ich geh jetzt nach links. Hier geht's noch weiter. Äh, wollen wir uns spliten? Ja. Okay. Nein. Hier ist ein Spinnenspawner. Nice. Äh. Der ganze Kopf. Ja, genug. Ich hab' der Birkenfalke kommt einfach nicht zu uns. 35. Okay, die muss noch irgendwas sein. Weil bei mir ist wirklich vorbei, glaube ich. Jetzt finden alle die Diamonds. Was? Ich würd sagen, wir gehen auf Höhe 8. Weil alle äh, spielen. Achtung, Achtung, Kuiper, Kuiper. Was auch? Ach du, ich hab's hinter mir. Weil alle bauen Höhe 11. Und dann sind wir immer eins unter dem Höhe 11. Das heißt, niemand kann unseren Gang finden. Aber wenn die mal nach oben bauen, können wir sie finden. Verstehst du die Logik? Ja. Dass wir dann auf Höhe 8 gehen. Richtig auch Vorschlag schon. Weil wir werden uns wahrscheinlich ja nicht angreifen. Was? Das ist auf Höhe 8. Anstatt auf Höhe 11. Ah. Weil alle spielen nach Höhe 11. Jo. Nichtsens. Okay Tim, äh, ich geh jetzt ganz nach unten. Also ich seh noch nen Enderman und äh, zum. Ich hab' jetzt einen Lava-Eimer. Nice. Ey, da kann ich ja jemanden. Ja, du kannst halt der Anzug. Sehr asozial. Das ist so cool, ne. Wenn das geht. Es geht. Safecore, aber es ist asozial. Ich mach's. Und Ehre. Ich hab' Sattel und... Ich hab' jetzt noch nen Bauchner ohne. Ah! Ich hab' Sven trotzdem. Zeig's dir damit auch, dass du asozial wirst. Ja. Und ich sag' mal, ich geh auf Sharp-Eisenschwerter. Ein Schaden, vielleicht ein Dior Schwert mit Bücherregalen oder so. Okay. Bei euch schmerzt grad' Eisen. Also ich hab' grad' eingebaut. Ich hab' grad' eingebaut. Ich glaub' ich find' das wieder. Insofern hab' ich ja die Kurz in der Aufnahme. Neue. Ich will jemanden bauen? Ja, ich bin über den. Ich hab' grad' Angst. Wenn wir uns am zweiten Tag sehen, dann gehen wir uns auf den Weg, oder? Ja. Kann dir auch sagen, dass es Team ist, aber wir wollen uns halt nicht angreifen. Ja. Und ich find' eigentlich... Ich find' allgemeinen Aspekt, wenn es so ähnlich sein soll, das ist kein Roleplay. Ich hab' Leute, die wollen die Stadt bauen. Mit wem willst du die Stadt bauen? Du kannst das ja ein Mädchen, weil in der zweiten ist das Team. Das ist ein Enderman, Tim. Das ist ja auch ein bisschen anders als... Das ist ein Enderman. Gab's ja mehrere Teams. Ja. Das ist echt töten. Ich steh perfekt. Guck mal, der kann mich nicht angreifen hier. Oh, nice. Xirbel, das war so ehrenlos. Du wolltest mich einmal mit der Lama umkriegen, obwohl dir das verboten wurde. Okay. Ich lass' es, ich lass' es, ich lass' es. Ich lass' es, ich lass' es. Nur mit, äh... Feuer... Feuer anscheinend. Das machen wir mit Gravel. Oh, stell' euch vorhin jemanden töten mit nem Amboss. Oh. Das ist so lustig, ne? Ich find' lach'lich, weil's lebensbekommen ist. Wer hat dies? Ich hab' keine Waffe mehr. Das ist ja auch Hard Bunny, ist ohne Witz. Ah. Äh... Äh... Tim, ich mach' die Kopf weg. Okay. Ich hab' deine Hilfe benötigen. Kannst du mal den 1,2,2,2,1 abbauen? Das ist eine Kopfung. Das war's. Ich hab' eben敲ner. Ich hab' kein Schwert mehr. Nämlich. Äh, kannst grad mein Holzschwölfen. Ist das vergiftet? Ne. Äh, komm' mit mir mit dem Mission. Da hinten ist die Kiste noch? Ähm, kannst weitergehen, aber ich mach' dann unsere Rüstung schon mal. ich gehe mal zu dem geilen spot ich weiß nicht mal wo er war ja manchmal ist auch kaputt ich habe ein geiles lager gemacht ich hoffe das hat niemand gefunden ach so du brennst ja ja ich brenne schon fast zeitverschwendung und ich war noch inhalten ist es aber nicht mehr wo es ist ich finde das schon war irgendwie richtung 800 auf jeden fall was mich aber suchen ich finde schon hat gewollt hatte ach du scheiße ich würde sagen wir gehen noch auf keine eisenschwerter weil wir noch nicht brauchen ja sonst ja nicht ihren steinsperren ich schon mal rüstung gemacht provisorische hier immer die right falls abbauen wird zu bauen wird weil ich jetzt weiter wäre echt belassen wenn uns jemand zu halten würde es wäre krass wenn ich mal wieder bekomme und die wollen ja die sind schäfer die sind auf dem projekten auf dem server dann kommen wir irgendwie auf den mann ja das war nicht ja der ist extrem scheiße dort fisch ist ich kenne hier alle so gut wie obwohl ich alles ich kenne die meisten das wie nori silent drive kippmann halt also ich weiß noch nicht klar der rest hat wahrscheinlich aufpassen es gibt hier wahrscheinlich extrem viele gute spieler und wir müssen aufpassen ich glaube yoga hat es nicht gefixt es gibt ein bug du kannst leute mit einem nametag unbedingt danach töten wenn du tot bist wenn du nicht mehr da bist stell dir vor du benennst dein mail vom zombie einfach um jemanden die nur töten wird und tötest ihn dann das klappt das klappt das wäre voll krass ich glaube ich also wenn dann hat yoga das umgeschrieben aber ich habe einen typen gesehen grol fair das ist so ein hecktyp keine ahnung und der hat das und so der hat so gezeigt und es ist wirklich so passiert also der hatte echt sein med umgebracht damit nicht in suche aber er hat halt simuliert zwar ist es nicht ich habe da muss es nicht stimmen weil so könnt ihr ein anderes plugin genutzt haben aber das offizielle suche plan das allgemein gibt das hat bei dem hat funktioniert ich weiß nicht ob es stimmt hat er kann halt auch auf klicks machen und das planen umgeschrieben haben wenn er schon gefühlt alles hacken kann so ziemlich gewährt zu unserem lager soll noch anders gestorben weißt du wenn man sich das lager zubauen ich bin jetzt da drin und ich glaube da jetzt das wird mein es gibt gar kein zuckerrohr natürlich hat ihr abgefahren ich habe alleine 31 ich würde sagen uns bringt ja eh nichts mehr anderes wir müssen das glück mal und wir gehen auf op goldapfel oder wie macht man die denn jetzt aber durch sieben goldblöcke ja und wir machen jetzt so wir wollen das jetzt hierzu gelassen das lager hier und was also ich glaube immer alles was ich jetzt noch mal schnell wasser holen was wir jetzt anzulegen langsam muss man sagen ab nächster folge muss wir anfangen zu sneaken diese folge können wir gerne offen sein ist ja egal und ich würde sagen wir gehen nicht schank mal weil das ich jetzt erst mal klären muss das werden wir kompliziert und ich habe das ist zwar aktiver aber hat den nachteil wenn man durch nach zwei hat alles kann nicht mehr reden tut mir leid ist egal wie wir strip mein ich sollte auch jetzt niemand mehr töten können also kein mob im normalfall ich mache ich wasser einmal ich kann einen macht ihr meinen eimer ich gebe dann gleich wasser was einmal so wichtig das größte potenzielle gefahr ist ja aber glaube ich für uns ja bis jetzt stimmt ich weiß gar nicht wie lange wir mit diesem essen überleben könnten ich habe ja allein schon 39 steaks wer da ähm ich 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 das ich ich Bist tot? Gucci, Steve So, ich baue jetzt nach unten Ich mach sogar die Triad-UAC-Taktik Warte mal Noi Oh Oh Du hast meine Spitze kaputt Was brauchst du eher? Ich geb'n Achso, du hast mehrere gemacht ja das ist jetzt auch ja risky aber wir brauchen meine truhe ja ich würde mal sogar die noch ein bisschen weiter hinten bauen hast du einen oder sich einen kopf ich mache mir da alles rein was wir eigentlich nicht brauchen wir machen also jetzt nicht so krass ist doch hier rein ich würde sagen die so wichtig sind bald mit momentan zur sicherheit was die blöcke können wir hier rein machen ja wir gehen jetzt auch auf deinem sagen wir machen jetzt hier die lobe sachen einfach ein bisschen mit jurid zu am besten immer zehn mit das leder behalte ich am inventar und das zucker auch das leder zu kommen dann können wir stecken gleich und jeder auf das deck ist das beides ich habe richtig viele fäden ja ich tue ihn an die kiste ja ich brauche mal kurz ein bisschen weil ich gut noch einmal war so ab geht's jetzt haben wir bauen machst du ränder und baut dann gerade aus was halt so alle drei blöcke bei der richtung ja die erst folgst und spektakulär ist fakt hier sind entschuldigt ich habe noch kein laba gefunden doch doch in der hülle da war noch nicht viel zwar nur ein laba können die meisten schuhen was hast du so für rüstung sagen die weise bestimmt nicht vor allem so du musst dich der mobs ich habe die gehen auf die hast ohne rüstung macht nur noch links und bis ich baue ein bisschen nach vorne wie ich brauche nur mit einer stein ich bin ja nicht mehr er macht seine reisen wir haben so viel alten möchte ich höre ich höre aber mein wächst tot mein wächst mein wächst ich hab der war die eine eine dorfbauer ich brauche jetzt mal links bei allen anderen schreiben die so gg 8er quelle das sind wir mehr leute als ich hab auch die jahre ich hab auch die jahre ich hab auch acht die zwei ender mensch eine ender perle lab ist auch ganz wichtig haben wir auch nicht so viel hier ist eine höhlau für elf und so das ist ganz gut ich habe schon eine ep ich weiß du was zum ersten mal seinem leben gemacht hat die map vor ändern lassen hat sie vorreden lassen weißt du er hat seine supporter losgeschickt die sollten alles vorwenden kannst weißt du anstatt er sie einfach normal laden lässt sein supporter losfliegen aber geht das bei der wir auch an glaube ich aber ich würde sagen wir gehen auch so erfüllt sind eh falsch so doch dann könnte es nicht sein er könnte nicht richtig sein was war dahin so eine zweite folge wir töten doof ich muss noch cooles haben jetzt überlegen ich werde niemals zu machen werde ich weiß habe ich doch schon gesagt aber feiern will ich es zu feiern was ist mir egal lol es war jetzt richtig gemein aber egal ja alles gut ich bin dankbar der wollte auch gerade sagen du bist es ja gewohnt ich kann es auch klar war so wasser wir haben enchanter mit drei bücherregalen ich gehe mal ins eisen später machen ich muss ein bisschen platz und machen ich versuche jetzt erstmal vor der chance zu sein es wird voll krass wenn ich jetzt wegen sowas wir platzieren die erstmal hin so wir platzieren erstmal hier was kriege ich knockback unbreaking aber muss ich auch enchanter soll ich für prot 1 gehen? ja oder? wir gehen erstmal an den teuren enchanter unbreaking feather falling prot knockback prot prot charp 2 prot prot ich gehe eigentlich gerade auf fire aspect nur was ich weiß cool ich versuche es irgendwie zu bekommen cool ah lava noch ein charp 2 hast du eben obsidian abgebaut? ja ne? ja ich hab charp 3 cool jetzt schon? ja pass muss ich jetzt kein level mehr leider aber ich kann jetzt kurz ein bisschen steinschmelzen gehen nämlich gegen den enchanter, ne? gleich es sind eigentlich zwei waro folgen, ne? und ich hab zwei waro folgen schab 3 wenn man es genau nimmt äh, hier ist nämlich der enchanter konnte schon mal enchanter ich geh jetzt weiter ok äh wenn ich wollte hast du da was? äh 10 ich hab auch nicht viel die pickaxe noch ein chart soll nicht äh da hinten ist so eine cobblestone wand, Tim da sind Bücherregale wenn du weiter gerade ausgehst die wirst du sehen glaub ich Luca oder so du musst entdecken viel Spaß mit dem Bun hohoho nein Tim nicht dort weiter weil ich brauche mich frei ah doch was war das denn? war das Vincent? nicht so von mir was? 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 wasser Affinität nicht nehmen nur prod genau vielleicht die anbieten du entstandest deine ich würde dir anbieten auch vorzugehen ich glaub ich nicht ich glaub es gibt so gute spieler ist gerade Thomas geteilt nicht darf man hier mit rein oder nein geh raus bitte also wir sind gerade auf Aufnahme ganz im Ernst da stand nicht join eigentlich ich habe mir eigentlich gesagt wenn jetzt jemand hier rein joint welchen Bun ich lass es jetzt reicht uns eine dir Pickel ja ne ja ich hab schon eine dann mach ich mir ein Schwert ja oder so ne du bist ja auch Bücherentschartments gehen ich würde eigentlich ja mach einfach ich würde jetzt dir auch schon machen wenn ich mir ein Bücherregal haben hm ok dann fahr mich erst mal heute äh mit Zaubertich kannst du nur mit ja behalt erstmal ich hab keinen XP gerade ich dachte ich könnte eh den äh äh aus alter der im Chat ja ja supporter Hilfe Pech du Kek mit Lava ist es erlaubt ah er ist gestorben er ist gestorben er ist gestorben supporter jemand wird mich killen er ist gestorben am besten vom supporter so am besten vom supporter so äh ähm ich geh jetzt Richtung rechts also dass wir dann jetzt zurück kommen ich finde ich gar keinen Lava weil wir müssen wir können nicht einfach ganz aufbauen wir müssen auch immer mal wieder zurück Sushi fress das bist du schon Sushi Sushi ist schon lecker ja hast recht ich nenne ihn so viele Leute Sushi stimmt Sushi hat Yogo dich mal genannt Sushi Sucuk was Sushi 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 ja das stimmt wenn wir großen Lava sie finden dann gießen wir uns oh da war doch eben einer ja hier ist auch einer oh ich habe bisschen ich habe zweit einmal ich schließe uns kurz zum portal dass wir dann ab hier keine Ahnung so ein Portal haben so hat das eigentlich ganz gut gerade können weil ich habe mal von Weiß Speedruns gemacht in Minecraft? ja Minecraft Speedrun Minecraft durchspielen ja ich weiß was ich habe schon einen ich habe schon einen das heißt kein Schrapp 3 bestimmt mit ein macht eine auf ich finde es schade dass man nicht sehen kann wie ähm wo durch so vielleicht nehmen wir gleich nehmen das ja mancher auf so wie hier kannst du ganz einfach minecraft king eingeben team grün halt hast du autism ich habe caps an ich auch die ist jetzt was aufsieren auf dem das ob sie jetzt ist jetzt über lava was verwandt oder so mein wasser ich habe einen zweiten ich komme durch jetzt kommt die verwerbung richtig schade jetzt noch einmal die das gerne finden ja ja ich könnte auch überlegen ob die folgen es gibt nur ein nachteil wir müssen überlegen was sie ausmisten weil es kann also der ersten hatte ist wenn jemand raus reinkommt kommt ihr wahrscheinlich bei uns raus das heißt wir bauen eine falle hin wir bauen um das portal dann lava keine ahnung russen gg also ich dachte der ist wie schuhe an und schreckt gg durch warum ich weiß nicht warum es ist halt schon million kommt es auch raus die beste jura die größte jura community ist einfach raus jura flint und hier du brauchst es gerade im kreis oder so eine art kreis system ich will gucken nicht anders und das könnte jetzt sein dass wir gleich getrennt sind weil du nicht vergisst ich nicht da reingehe und rausgehe könnte ich woanders woanders rauskommt ja du stehst das portal total schon da die jungen hier hinten ist es doch geht das außen auch gut zu wissen ich habe ich habe es eben 30 sekunden nicht erst aus es wird niemals angehen wahrscheinlich wie jetzt nein hier könnte ich leute verkaufen und stärkt getränke ja stärke ich 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 Bet예요 ich hier aber Meu damit meine firma quelle 6 ich habe jetzt 9 8 haben oder sind zwei chessplätze für uns bücher haben wir können auch einfach so machen aber ich weiß nicht wie wir sind ja aber wir haben noch zwei ja auch nachher bis also ich noch mehr bruchstein unterbrennen oder ja eine cola habe ich glaube ich erst mal dass wir das gleiche system sind das ist effektiver aber bleibt versucht so in der nähe zu bleiben im kreis vor allem für nächste folge man fliege ist auf mein bildschirm erst mal gegen den bildschirm schlagen am besten ich bin da was mir noch ich nehme einen man kann den ganzen spectator joko spielt ja mit joko hat gesagt wenn es zur lektor so alles dann wird er sich auch als wegwärter machen weil es uns so anstrengend ist und man weiß schon mit dem joko macht alleine deswegen macht er ja alleine ich habe die helft meiner herzen verloren Ich hab dir den Tod absolut nicht gegönnt. Digga, ich bin einfach... Ich hab' ich in Lava gebaut. Ich bin so dumm. By the way, 8er Quelle, ne? Oh, nice. Was? Das heißt, wir haben 25 Dias jetzt. Digga... Ich will die ganze Zeit keine Dias mehr. Nimm mal Lava. Hinter deinem Never Portal ist einfach direkt Dingens. Lava, ich weiß. Wo hast du mir das nicht gesagt? Ich hab' das Portal geschmolzen. Das ist doch logisch. Ich hab's ja nicht abgebaut. Ich hab's ja geschmolzen. Sicher nicht. Mit Lava. Und das macht man ja neben vom Lavasee. Weil das am schnellsten geht. Oh, ich hab mich einfach einen Block runter gebaut. Direkt in den Lava rein. Das ist ein ganzer Lavasee, also. Geh da weg. Ja, ist gut. Wir haben hier echt viel Lavasees. Das stimmt. Man hört einfach so noch die Sounds. Das ist over. Das heißt, ich muss jetzt mit Juan Team. Hä? Achso. Stimmt, da war was. Ja, aber ich will nicht, dass ihr stirbt. Was ist das? Ich will nicht, dass ihr stirbt, Mann. Ich hab' 10 Level jetzt. Wir können ja schon mal die Gierrüste anfangen zu craften, aber ich will die noch nicht tragen. Okay. Wir können ja nicht mal gucken, was für ein Encharted bekommt. Theoretisch. Wie aus? Alter, du bist ne Maschine. Das geile ist, wenn jemand sagt, du hast X-Ray, ich hab' ne Aufnahme. Stimmt. Ich hab' ne fucking Aufnahme. Boah, das ist ein mega Vorteil. Das ist ein mega Vorteil. Das ist ein mega Vorteil. Ich mach' mal zwei Diabros-Panzer. Kommt. Vielleicht entscheide ich die auch schon für dich, wenn ich eine Boots-entschatten bekomme. Minecraft-Gott, bitte gönn mir doch Dias. Gönn mir Lama. Ist ganz Zucker rausgewachsen. Nice. Das heißt, wir haben noch mal Bücherregale. Gönnt. Minecraft-Gott, gönnt. Noch mal ein Bücherregal mehr, das ist nice. Und zwei Bücher haben wir noch. Ich geh' mal nach aufs Schwert. Ich mach' mir ein Eisenschwert. Das coole ist halt, wenn du ein Eisenschwert enchantest, für das Gleichentschatten auf die herauskommst. Ein bisschen bezieht ihr es. Wahrscheinlich. Aber ich hab' Laughes. das ist noch mal ein paar steinschwerter dass ich die dann entschalten kann falls stimmt ich bin nämlich gerade nicht so viel eisen resten weil wir haben ich habe noch 50 alles muss ich raus kann das volk ich kann eigentlich nichts machen hier konnte ich einfach nicht bei das kommt in fünf minuten schließt man ja ich gehe auf jeden fall ich versuche doch hier zu kommen muss ich nicht aber ich brauche mir noch ein job drei haben zur folge wird er kein zweiter müssen wir alles nicht jetzt dann brauchen wir ihn nicht nur ich würde sagen wir genug vor zwei niedrigste ich habe vor zwei starten ich mache dann hier ein paar level dazu wie gesagt ich habe zwei die hat schon macht keine kraften im besten fall und ich weil wir können überlegen ob wir auf hose gehen war als hose vom preis leistung her das schlechteste aber wenn wir davon ausgehen dass wir man töten können ist das intelligenz ist doch weil die wahrscheinlich schon mal ja weil die schuhe dahin bauen oder chestplay müssen wir halt bauen weil das zu preis leistungs kräftig ist so wenn wir davon ausgesehen ich habe nächste folge ich habe hier also da hast du gerade lava gesetzt ja nächste folge habe ich wahrscheinlich habe hier also wir können auch mal auf jagd gehen weil ich glaube niemand wird an ganz gut also es wird bestimmt ein paar lager geben wie wir sind aber die wenigsten ich habe ich habe lab es abgelaufen ist abgebaut ich habe allein der grad zehn und jemand bestimmt auch noch 88 oder so dass wir am 18 noch kurz die hat schon zwei hosen und verfolgt die röte hey den namen vod mein gott die letzten haben gerade noch so den chance gemacht und das ist so viel ist ja mein tod gewesen nein das wäre gerade mein tod gewesen wenn du jetzt auf welches ist klar gefallen wahrscheinlich weil ich brauche mir als zombie dann dann sterbe ich wahrscheinlich noch in der konsole jemand stirbt eine minute kurz am ende oh mein gott das tut mir leid das ist das ist so sad und okay ah der dumm echt nicht das ist bad so auf level 12 zu reichen dann kann ich nächste folge scharf 4 machen du bist level 11 ich bin level 11 jetzt dann ist noch ein ich habe hier erste folge Wenn ich in einer Woche nicht sterbe, dann könnt ihr nicht sterben. Wie, wenn du eine Woche nicht sterbst? Ich werd dich nicht töten, Juan. Juan, keiner wird... wir teamen doch zu dritt. Äh, in Taman. Ja, aber wenn ich sterbe, dann könnt ihr mal Equip haben. Wahrscheinlich. Sind ja da nicht zwei andere Leute, die da... ...schnorren. Ja, dann könnt ihr bis in Gold gehen. Was, wenn jemand an Dava... Erste Folge Shop 4, Alter. Huuu. Okay, Tim, wir gehen auf nächste Folge auf Hand. Wir machen uns beide noch etwas stärker. Kannst du dir jetzt schon mal anziehen? Wenn du gehörst. Ja, ich hab Schaff 4, da fast keine gute Waffe. Vielleicht hält alles aus. Ja, ich, ich hab mich schon was. Sie wollen, Unge! Unge! Du hast erst Folge wieder! Unge, Na! Nein! Oh, der hat die Aufnahme immer noch nicht. Sie wollen Unge! Ja! Ja!